hallo und herzlich willkommen hier zu einer folge zu einem wargier fight mit dem roby 1000 hd ja ich habe jetzt den anfang ist verpennt da ich jetzt von ich aufgenommen habe ich glaube ich werde erst mal versuchen mit allen zu klein ist ja jetzt willst mich schon beleidigen oder wie 20 15 sekunden ach so geht das dann los ja also wargier fight hier auf my play planet server und ich schieße frontal rauf ja kann sein bei mir fehlt glaube ich ein knopf bei mir fehlt glaube ich ein knopf aber den hat setzt hier an so ok na ich habe schon leben verloren den halben herz so machen wir ihn mal platt nur in staubsauger du mit seinen kürbis wurde ja 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 das war echt panne mit dem labern ich glaube du schießt gar nicht kann das sein ok das scheint aber auch nicht gerade die besten kanon zu sein die du hast oder ich muss mal gucken haben wir denn schon alarm oder sowas brücke sieht in ordnung aus also ich sehe schon dass ich dich treffe das sehe ich schon das heißt du kannst du auch was gefasst machen mal gucken ob ich mit der hier treffe ja nur ein ach die muss ich ok das ist jetzt so eine manuelle kanone hier die muss ich tnt kanone brücken kanone aktivieren so und dann kann ich hier ja ich werde gerne mal herzen mein skin ist total verpackt wie man sieht also unsere beiden skins und es ist 1 17 halt so möchte mal wissen was machst du denn gerade da bei dir mensch diese leute hier die vergessen mal die knöpfe so ich hoffe ich sterbe nicht wegen dem wegen der kanone das wäre nämlich sehr ungemütlich den setze ich dann die fps sind bei mir sehr weit unten eigentlich nehme ich mit höheren fs zahlen auf zwar nicht bei einem let's play aber hier in mein geschäft nur das ist jetzt mit den vorgier files mit den labyrinth ist das so ein bisschen so hat die beide kanon eine lampe geht bei mir nicht weißt du was du schon getroffen hast bei mir eine lampe so gucken kann ich glas kaputt hauen ja ich kann sogar glas kaputt hauen also ich habe jetzt zeit also ich habe jetzt nicht so meinst du unser außerdem ich glaube dass es ja wie du schon sagtest das ist mci vs v4 ne vorgier sicher seltsam endstone version so von unten mit den unteren treffe ich nicht das ist mir schon mal sehr bewusst ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll du hast mein verdeck getroffen mein dach hast du getroffen und da liegt haufenweise tnt und meine dispenser feuern das ist schon mal gut da liegt haufenweise tnt ich könnte mir jetzt tnt erschieten könnte ich mach ich aber nicht ich bin ich bin fair ich mache das nicht ich hole das jetzt nicht da von oben hast du das nicht also in den thronen ist ja nichts drin man hat ja im inventar hier schon am anfang an tnt und das ding war das ding ist ich glaube da oben ein stoffwerk über mir liegen ungefähr neun stecks tnt ungefähr geschätzt du hast schon wieder zwei lampen getroffen glückwunsch ich habe meine grafik einstellungen auf 5 5 chance ist ist eigentlich jetzt nicht so in meinen minecraft niveau aber naja so na ich glaube bei dir läuft das heute nicht so richtig oder wenn denkst du mit deinem kürbis da kannst du mehr anrichten das glaube ich aber nicht so so hier fehlt auch ein knopf tschau ich sag schon mal tschüss ne so was haben wir denn gemacht hier also alle hat er erfolgreich abgefeuert mal gucken ob ja also direkten schaden sich nicht ich gehe noch mal auf die brücke ich gehe noch mal auf die brücke ähm was habe ich denn gemacht also ich habe dich du was los im chat ja da bist du angeschrieben ähm ja tsch gg also habt ihr angefangen bluecreeper der youtube äh gerade angefangen ja gg ja gg ja ich achte nicht so auf den chat wenn ich aufnehme ganz ehrlich tut mir leid an den minecrafter oder 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 was was du hast ja du hast getroffen ja du kannst ja treffen oh oh ne was 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 der linke flügel ist weg alter ganze zeit habe ich dir schon so was mich irre jetzt habe ich bald gar keine kanon mehr ähm ähm was den keller hast du auch äh ist das untergeschoss hast du bei mir auch weggefegt so ist meine brücke in der brücke ist das licht aus das ist kein gutes zeichen ok ich glaub du hast den bogen mit dem worgen ja raus na ja ich hoffe das funktioniert hier na oh nein 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 ähh also bei mir gehen auf alle kanonen ich hab's gar nicht verstanden alle kanonen mhm was ich ich treff dich doch da muss doch irgendwas nicht funktionieren also ich weiß dass da schon mal solche streu kanonen hast äh die können gut reinhauen funktioniert ne die funktioniert nicht die funktioniert nicht alter was hast du denn hier gemacht ja was das macht mich ja fast wütend what was hast mich getroffen uuuh wie viele leben hast du kannst es sagen darfst du es neunzehn also also wie viele herzen hast du meine ich äh ähm ja es ist neuneinhalb ok ich hab fünfeinhalb scheiße ich bin ich bin ja leben hab ich du hast neunzehn ich hab elf ich hab ich hab ich muss ich muss jetzt die scheinwerfer anmachen genau das muss ich jetzt machen die scheinwerfer das ist das sinnvollste die scheinwerfer an meine güte die brückenkanone ist am schlimmsten die zieht mir auch leben ab jetzt hab ich nur auf fünf leben also fünf herzen so die kanonen sind kaputt links und rechts der flügel ist kaputt oben muss mal gucken ist oben noch ich weiß nicht da schießt du ist das gut ist das gut hier so jetzt komme ich nicht die leiter ok oben kann ich es vergessen da habe ich nur ein großes problem ähm im keller geht eine eine würde ich sagen warum sag ich dir das eigentlich ich bin nicht mehr ganz dicht kann das sein wenn ich verliere dann ist es wahrscheinlich wegen wenn ich dir alles sage hier so ach ich kann ja den knopf nicht auf den boden setzen wäre schön ja und wie so ich glaube da habe ich jetzt geschossen aber nicht getroffen soweit ich weiß was kann ich vielleicht wer wird er die wer wird der heutige gewinner das erfahren sie in der nächsten folge nach der werbung so ich habe schon mal ich habe schon mal damage gemacht jetzt muss ich gucken ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wieviel die ganzen Hirbel in meiner Brücke gut sind weil ich äh ich habe auch von mir wieviel toll mehr kann ich nicht ich glaub wir sollten mal eine Burgenfahrt machen weil du kannst mir mit in den Schaden machen aber ich denn nicht ja gute idee I am on the roof ja stimmt weil man ja so ich bin noch mittendrin im fight also bogenfall können von mir ist auch machen ich wollte mal einmal abfeuern also scheiße kommen hier weg jetzt weiß glaube ich wo ich bin das ist schon mal die ankündigung ich glaube ich müsste sich jetzt getroffen haben so ich muss gucken wie ich hier aufs dach komme alles was du lustig findest finde ich nicht lustig vor allem nicht wenn es am wg falls es geht mein ich so das war eben komisches lachen ich muss mich ein paar schutzwände hin bauen weil du kannst mich glaube ich mit einem treffer vom bogen kannst du mich erlegen so was hast du da was zum schießt du das kann nicht sein was sag mal was 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 mein ich mein was also ich mein bist du bist so ein bisschen op kann das sein ich dachte du hast schon geschossen da schießt und triffst du mich genau wirklich genau so alter was hast du bei mir alles weg gefegt ein schlags löcher hoch 10 ja ich würde sagen noch ein fall ja das war es dann für diese runde du kannst an du kannst ja nicht bei mir aus da ach guck mal ich habe meine sachen noch geht noch weiter nein nein das war es für diese runde fehler fürs zuschauen hast du noch was zu sagen das wird sonst zu lang werden finde einfach nach dem anderen bis zu einem anderen video wieder tschüss bis clip bis 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 zum nächsten Mal.